Nooo! Ach, komm, Alter! Ich verliere jetzt ganz viel Geld! Und ich bin kacke gerade! Holy shit, ey! Du bist kacke! Kacki hat nicht getroffen, Kollege. Was ich die für nerfe? Alter! Ich hätte doch nicht den Karabiner nehmen sollen. Ja, das wird gerade echt benötigt. Ich puste den Schädel weg! Ja, das sind die vielen da sind. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf! Zieh dir die Wette an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin, und wie er nicht ist. Ach, der da. Hier! Ja, geht nur den Ort. Ich liebe sie! Schuhe von da hinten Puh Sag mal Ach was können wir denn hier so kaufen Streuungsboost, weniger Rückstoß So, dann haben wir das Geschütz schon mal Oh, Waffen Ich weiß nicht, ich glaube ich nehme mal in Stadtkarabiner jetzt das Maschinengewehr wirklich mit Ja, hier wäre auch Karabiner mal gewesen Ich muss man alles durchsuchen, das ist eigentlich ganz geil Alter Nein, hier will ich mit nichts tun Sag mal Achso, nö, hier wollte ich nicht lang Jawohl, ich lange dann Meine Fresse So, ich muss da lang Ach, okay Echt, gebe ich dir keine Wahl Na ja, du scheiß Geschütz, alter Was? Los, los, los Boah, rein, Bruder Mal als ob ich hier keinen Riss da vorne hab Ja, gib her Na ja Na ja, salzig Geh auf Niemals Das war ein Angriff und du bist tot Ach, als ob das letzte war Das heißt aber gerade, wir tun jetzt, äh Die Welt unter uns Wir müssen diesen scheiß Dingern abwerfen Diese Aufgabe Obliegt dir, Elisabeth Sie obliegt dir Wieso hab ich jetzt eigentlich schon wieder Die Skyline ist Freiburger Ja Komm mit Auf einer Seite unseres Lams steht der falsche Hirte Auf der anderen die Überreste der gottesschlästerlichen Vox Populi Wer von euch Männern fährt Freu dich ein zu Gott Damit sie ihr Schicksal erfüllen kann Freut euch Freut euch Der Tod hat keinen Stahl Hallo Meine Fresse, du sollst schweben Das ging ja flott Aber man könnte ja überall noch rein Irgendwo Ich sprüche jetzt nicht Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht Wir müssen abwarten Los, mach Bitte sehr Ein Viertel der Kapseln ist weg Mehr nicht Warum tun denn die Vox Populi eigentlich jetzt gegen uns kämpfen? Ich verstehe es nicht Ich habe dir noch geholfen Ich habe nichts von der Seite Faktiert, wa? Wuuu Auch als ob der kaputt ist Und wie hilft Die hilft ist nicht alles Halt dein Maul Du bist kacke Genauso wie du Als ob Noch mehr Ihr seid Wo? Leck mich Ich muss ja einmal ganz schnell weg Wieso besitzen die denn ein Patreon? Ja, die Schrecken sind frei Ja, die Schrecken sind frei Aber wir haben nie Gegner Aber Eventuell auch Diese Skylands Zwei Patreons Ja Ja Okay, fangen! Danke Alter, leck mir doch die Nüsse Jetzt auch noch ein Salvengeschütz Boah, Bruder Und wo kommt dieser scheiß Salvengeschütz Leck mich da unten Burst Gun Da habe ich keine Muni mehr für Wo habe ich meine Shotgun liegen lassen Ach super, meine Shotgun ist weg Happy Birthday Toll, ist meine Shotgun weg Och man Es mag sein, dass ich sie besiege, David Aber sie hatten eben schon einen Hang zur Selbstzerstörung Wer weiß Vielleicht kommen sie mir Gott, ey Nummer 3 Ach, jetzt gibt es ja extra im Bereich Ja, moin So Das übernehme ich selbst Nein, ich komme mit Ja Ähm Jetzt würde ich aber sagen Tatsache Wende ich hier die Aufnahmesession Habe wieder eine Stunde aufgenommen Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und hau rein Ciao Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020